ja leute was geht es geht weiter hier mit let's play eurotrack simulator 2 wir fahren heute den vorratstrang von ronadam nach brüssel mal gucken wie das wird und ich glaube dass wir heute mal nicht irgendwelche unfälle bauen vorratstrang ja genau haben wir auch endlich mal sowas noch nie gefahren das ist eine neue route das hatten wir auch noch nicht vorher aber okay warum blinke ich hier schon ich kann ja gut hätte ich eben halten müssen gott ist passiert doch was er ja genau da kann dann aber das kann ich nicht wo ich sage ich über da nicht bau das im entstand da Ah, hier ist Zentrum, okay Ah gut, Zentrum sind wir, wir sind noch gar nicht gefahren, aber machen wir bestimmt nochmal Also Zentrum werde ich jetzt, weiß ich noch nicht, wann wir da so fahren Aber es ist eine kleine, es ist eine kleine Strecke, letztendlich vielleicht schaffen wir sogar zwei Ist dafür aber eine sehr kleine Strecke War nur 145 Kilometer los, ist es immer so schnell Guck mal, wir müssen mal tanken Oder? Oder tankt der von selber auf? Nee, ich glaub nicht, ne? Warte mal Äh Ja Genau Genau Für da, dass wir da empfangen Also kann also wie du dann vorbei, ne? Jupp, also egal Ja Dann tank ich da 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 irgendwo Äh, mal Genau Ja So Na gut, wir haben letztes Mal ganz schön viel gefahren Ja, irgendwann hat der Tag auch mal leer, ne? Ja Ja Das ist ja Ah, endlich mal endlich mal schönes, klares Wetter Das muss man hier auch mal loben Endlich mal wieder schönes, klares Wetter ist aber irgendwie die prämieren die ganze in den regen fährten das haben es auch mitunter geschaltet also zu dem regen ist ja cool aber durchgehend du siehst du nur graue pisse ist irgendwann auch nicht mehr schön muss man dazu sagen 700 meter sehr schön da muss ich natürlich jetzt links halten deswegen bleibe ich auch hier einmal tanken dann muss ich jetzt noch nicht wieder den fehler machen wir jetzt mal genau ok da hinten naja da wurde da wo mein kollege leuten fährt 30 alte augen waren auch froh kraft ist voll als sehr gut okay das ist doch voll gemacht habe ich jetzt mal auch irgendwie nicht wirklich hinbekommen die werden irgendwann arbeitgeber gedeckt oder nicht oder immer im tollen arbeitgeber am alles zahlt der arme arbeitgeber und zweimal abschleppen der ist eine nur tragisch wenn wir von da kommt jemand fahr doch mal ja Danke. Boah, der fährt ja noch drei Jahre, ne? Kommt da jetzt nicht rein. Oh, Polizei. Aber auf der anderen Seite. Wie lange fahren wir noch? Oh, 90, 85 Minuten. What the hell. Wir sind ja richtig schnell heute. Aber das ist aber auch ganz schön. Aber auch solche Fahrten, ne? Aber mal so entspannt. Ich mag das total gern, dass wir so unterschiedliche Fahrten haben. Wirklich, das finde ich total toll. Mal entspannt, mal ist es aber auch ärgerlich. Das ist irgendwie so ein bisschen... Man weiß nie, was man als nächstes erwartet. Kein, super. Ach ja. Wenn ich stundenlang spielen, ey. Das ist echt kein Scherz, ne? Ganz ehrlich. Hat davon nur noch ein paar Folgen. Aber ich denke, du hast sogar vorproduzieren kannst, ja? Weil das Spiel auch nie aufhört. Das kann ich ja immer wieder aufnehmen. Hier ist ja nicht ganz so... Ich glaube, das ist ein vernünftiger EGW-Fahrer da hinten. Ich glaube, damit habe ich höchste Schwindigkeit, oder? Okay, wir haben jetzt noch nicht mehr rausgekommen, von dem Teil. Es ist also 90. Oh gut, dann wäre ich da. Wenn mir gleich noch die EGWs entgegenkommen, wissen wir... Werden darf. Oh, ich müsste einbiegen. Okay. Ist das Brüssel? Äh... Ja. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen... Nein, meine Geschwindigkeit leicht drosseln. Ja, okay. ach du elend wenn man es in der kurve hallo kollege hallo auto hallo Was, die war eben noch grün? Ach, komm, weggebrochen. Egal. Da wär gern, da, die war noch grün. Und wir haben locker noch ne Fahrt. Dann machen wir noch eine. Aber das ging doch gut. Dann machen wir mal längere Touren. Als nächstes. Dann war Sizilien auch freigeschaltet. Oder Italien, Sizilien. Ja, Sizilien auch, aber Italien. Sizilien, dann können wir Hitman besuchen. Der war auch da. Der liebe 47. Was fahr ich denn hier hin? Ein Bauernhof? Oh, das war cool. Boah, da. Sehr schön 4 Aber das bringt doch überhaupt nichts Genau, immer das hier Das andere bringt ja gar nichts Damit ich quasi mal fahren kann Das ist halt auch mein Auge Das ist halt auch mein Ding Mein, äh, wie heißen die denn Mein, äh, mein Arbeitgeber Mir ja egal Sonst pange ich halt öfter Hamburg, Berlin Gut, aber wenn ihr seht wie Italien Fände nicht mehr, weil wir Hamburg, Berlin Hamburg, Berlin nicht cool Ich glaube, wir sind immer DLZ, ich darf nicht spielen, ne Na, wir haben wir Berlin, Kaugummi, wir fahren wir Kaugummi Oh komm, ich will Kaugummi fahren Wo war der Kack, ja Fahre ich Kaugummi Hamburg, Berlin Schöne Strecke Oh, Kaugummi Man wollte mal Kaugummi fahren, ja, Kaugummi ist wichtig Wenn wir die Kinder im Unterricht was zum Schmerzen haben Das unterstütze ich Oh, ne, wofür ich das denn, ne, als normale 4 Stunden Fahrt, na, Ende immer wieder Untertitelung des ZDF, 2020 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 das heißt doch eigentlich Meils Morales Adventure oder so da ist so Bock drauf da ist so Bock drauf aber die Frage ist immer ist es ist es halt realisierbar ich würde es halt geil finden ganz kleine Frage also der letzte Datum im Modus will ich nicht hätte so Bock drauf aber die Frage ist immer guck mal ich hab mal drauf geachtet ja langsam lernen ich, langsam komm ich rein langsam lernen ich auch mal auf Licht zu achten und so ja dann muss ich ja, dann muss ich auch lernen auf jeden Fall ich hatte schon Bock ich hatte auch Bock auf den RTX ich hab Bock auf beides es ist ja damals so, als ich den PS4 mir gekauft habe da war das einfacher weil das war sinnvoller das war einfach, es war einfacher weil, ähm, die technischen Vorteile waren bei der einen besser und bei der anderen ja, hat sich einfach so ergeben oder nicht mehr, ja aber dieses Mal ist es so hart die Entscheidung ist, ist dieses Mal meiner Meinung nach doppelt so hart war die meiner Meinung nach noch nie also weil das ehrlich zu geile Vorteile man will doch irgendwie alles dann irgendwie auch nicht, ne, alles ich will ja nicht sagen, was ich, 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 geht nicht, alles geht nicht also gar nichts, ne, oder jetzt mich beschweren das will ich um Gottes Willen nicht, weil warum aber es ist halt so schwer was ist für einen persönlich das Beste das ist halt die, diese Konsequenz dahinter und ich frage mich das ich sitze da wirklich und denke mir so oh Gott, das ist ja, aber dann liest du einfach so geil und ich so, oh Gott, aber der, die PS5, die ist aber auch irgendwie geil, ne aber wir spielen ja auch meistens PC aber ganz ehrlich, wenn du Horizon, Forbidden West und Demons Tools, Alter, ich hab super, ich hätte so Bock da drauf soll ich mir nur noch einmal punkten kostet mich ja nix, ne kostet mich ja nix ich tank nochmal noch nicht gleich jetzt kostet mich ja nix ich würde es später machen, aber kostet mich ja nix ach, warte genau, ne kostet mich ja nix wisst ihr, Leute das ist ja das Schöne das kostet mich ja nix äh, was, ne, ach, das kostet mich ja nix also, ach jetzt war ich irritiert nein, die PS5 kostet mir schon was die kostet mir nix das ist ja schön nee Leute, ich hab' mir leid hab' ich ihre, hab' ich ihre, hab' ich ihre, hab' ich ihre, hab' ich ihre Tannenstelle nicht aufgehakt hat auch gepasst hat auch gepasst komm' ich jetzt hier raus aber, naja, müsst ihr euch ja hier raus dürfen, oder? so unlogisch für die Mini-Koopa ja nicht mitnehmen so, oh no wieder unlogisch da hab' ich eben irritiert woher ich stink bin, ne kostet mich nix ist natürlich Quatsch das war eben auf die auf den Arbeitgeber Quatsch da gemünzt sorry okay, das ist wenn man währenddessen zockt nee, äh, woher ich stinkt bin, genau PS4, PS5, PS5 oder Grafikkarte und, äh, vielleicht könnt ihr mal in Kommentare schreiben, was ihr sucht, was ihr euch holt wäre immer interessant weil, den Endi natürlich werde ich jetzt sowieso von meiner klar, von meiner Meinung ab aus machen weil, ist ja auch mein Geld, ne aber, ähm ähm, er könnte es mir ja mal sagen so, ich bin da ah, es hat beißen im Vorteil, aber ich glaube halt eher an die Grafikkarte ich glaube eher an die Grafikkarte aber wenn ich so eigentlich die PS5 bin, ich bin Playstation-Fan, ich liebe es so, ich liebe so Last, aber ich liebe die ganzen Scheiße Exzessiv-Titel ich liebe dies ich will das nicht weg, ich will, ich will das nicht weghaben ich will die weiterhin so zocken können ah ja, ich mag ja die neuen Generationen, ne sowas ist ja auch immer schön, ne und ich freue mich auch, dass die PS5 so ein Erfolg ist und, äh, soll die beste Kaffee-Kondole werden würde ich mich freuen, aber, oh und man denkt immer so ganz oft manchmal so, oh ich will jetzt ja nicht missen, aber ich glaube wir müssen das mal missen ah wie schnell fahren die alle doch mal ich fragte sich die Ecke wie zieht auch weg, aber schnell davon hat sich ein Pkw ist klar, für die, äh, die dürfen halt auch 120 fahren, wenn wir bei 80 sind aber gut, die Pferde zu 100 oder immer wieder los救en wie könnte das nicht wie viel von 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 Ago die Pfanne noch 100 jetzt sind jetzt die frage ich weiß noch nicht muss ich ehrlich sagen oh mein Gott was hier los alle was ist los da frage sie dann auch Rundfunk mit 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 sehr freundlich ich dachte eben schon ich dachte eben schon ich dachte eben schon ich dachte eben schon es bildet sich ein staus sei eben so harter stau aus gibt stau überhaupt hier im spiel bestimmt das neue weltweiten noch nicht gesehen aber ich lerne schon mal ich denke an sich dann zu machen also selber wie auch irgendwie so man sieht ja selber genug und das ist ja auch so ein bisschen durch die monitor hat die heller und dann weiß ich ja noch da wieder passiert polizei war ganz schön offen und da ist ja nicht mein problem also war ich stehen geblieben ja das ist ja die frage so weil natürlich so ein spiel aber die frage sind auf wie viele spiele ja ich habe mehr spiel profitieren jetzt ja von 20 80 das unterfall war ich weiß es halt ehrlich gesagt und nicht mehr also ich hoffe mal dass wir was cooles finden werden was gut finden werde ich denke natürlich auch an youtube ein bisschen dabei weil ich mache ich den ganzen tag also den ganzen tag weil ich zocker mache ich youtube dann ergebnisse sehen dass ich das muss ich jetzt immer wieder über siehe ich bin hier entschuldigen ich bin ja schon bald ein vollgetültes das kann man schon da sorry ich habe es gemacht dreieck okay oder am kreuz als sowieso nicht 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 dresden lang dresden deswegen müssen muss ich mal gucken und natürlich dann denke ich auch an youtube und dann auch an euch weil ich will ja ich will ja coole videos machen so das ist ja mein ich mag das gerne mag es ich mag das videos machen und dann läuft es ja auch mit dem abonnenten dazu momentan kann man ja dann läuft es mit youtube ich mag auch für youtubers auf ich finde es toll ja mal hinsetzen berlin spannender ok und auch sehr gut ja gleich da muss ich selber noch nicht selber nicht im zentrum fahren berlin zentrum also wirklich danke doch muss ich ohne berlin zentrum ich will nicht berlin zentrum ach ok ich will doch nicht berlin zentrum leute ich will doch nicht berlin zentrum nein das kann jetzt noch mal gemein werden auch jetzt ein kilometer als zentrum bin ich gefahren mal gucken wie es wird es geht natürlich darum ich will ja ich denke natürlich auch an youtube weil ich möchte das natürlich auch machen ich glaube es ist so ein bisschen heute auch gerne auch auf allen hochzeiten tanzen aber man muss sich auch mal eingestehen und nicht auf allen hochzeiten tanzen kann weil er wäre ja auch viel oder feria so und ich verdiene mit youtube auch nichts also ich verdiene mit youtube kein geld hier gibt es auch keine gekauften abos oder so ein blödsinn gibt es nicht weil ich bin zu klein und zweitens habe ich gar nichts für geld aber ich bekomme auch kein product placement ich darf wieder ein spiel früher spielen als andere als nur mal ich darf ich habe nichts ich bin ganz normaler youtuber der die spiele auch genauso abwarten muss wie ihr auch also wenn jeder jetzt hier noch nicht was so ich noch nicht aber keine einfach hat zu fahrzeug eine zu früh na gut wir auch nicht so schlimm gewesen aber wenn ich mich in städten bisschen zerfahre ist es nicht schlimm da kommt wir machen es immer wieder raus irgendwie deswegen müssen wir mal gucken aber ich hätte schon prinzipiell bock drauf aber immer gucken ich weiß es jetzt nicht ich weiß wenn wir eine schöne fahrt gehabt ich kann das nicht ganz schön Warte, warte, warte... Ja, okay. Oh Gott, Glück gehabt. Jetzt hätte er jetzt so fremfahren müssen. So... ... Pl, Polen haben auch noch. Berlin, von Berlin bis Polen, Alter. Polen haben auch noch. Ja, gut. Können wir noch mal neue Länder hier. Und neue Städte. Frankfurt, Main. Glaubst du Langdamm? Dort mit Kupfer. Genf haben wir auch noch. Luxemburg, Genf. Alter. Die Länder wird spannend. Reims, Metz haben wir Amsterdam. Zwanziert. 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 Blüte. Ich hatte auch noch nicht. Aha. Musik. Okay. Zürich. Zürich war noch mal interessant. Mal gucken. Mal gucken. Aber darum. Ich... Ich... Deswegen mag ich das LP auch ganz gerne. Da kann man so quatschen. Und gerade nachher, wenn das sich nachher noch mehr eingespielt hat. Ich... Ja gut, ich füge beim nächsten Mal an raus. Ähm. So, lass ich gucken, was ist denn neuer Auslandteil verfügbar? Kann ich noch was kaufen? Ah geil, ich kann was kaufen. Die Navi zählen, nächste Werkstatt. Also, wir müssen meine Karriere mal fort. Ja gut, ich glaub ich noch ganz am Anfang. Okay. Bewertung ist mir noch 1.7. Ah, sehr gut. Aber ich hab ein bisschen eins, ich hab mal Bewertung. Karriereentwicklung, wie ist denn das eigentlich? Aber geht steil nach oben, ne? Geht steil nach oben, Leute. Ich hab eine gute Grafik. Vielleicht geht das hier nicht steil nach oben, da bin ich sehr froh. Entschuldigung, achso. Okay, deswegen. Äh, da müssen wir mal, ich muss auch mal selber gucken. Ähm, wieder, was ich mir da kaufen will. Weil, für die, was wir gerade machen, reicht es. Aber, naja. Aber wenn natürlich nachher so ein... Mein Cyberpunk reicht ja auch noch. Und ich hab ja damals mal gesagt, an Cyberpunk lege ich das fest. Nur wenn das alles reicht, dann reicht das ja alles. So. Aber wie lange? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Weil ich, wenn wir ja auch Probleme haben mit dem Rechner so, leider. Auf jeden Fall, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, wie ich mir entscheide. Haut rein. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.